Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind seit einigen Wochen mehrere afrikanische Superstars wie Mohamed Salah und Sadio Mane vom FC Liverpool, Eduard Mendy vom FC Chelsea oder Riyad Mahrez vom Manchester City nach Afrika verreist, um bei der diesjährigen Afrika Cup of Nation mit ihrem Land alles zu geben und um dieses Turnier vielleicht auch noch zu gewinnen. Ihr habt euch vermehrt gewünscht, dass ich mehr Videos über den Afrika Cup of Nation 2022 machen soll und diesem Wunsch bin ich auch nachgegangen. Vor etwa sieben Monaten, also während der Europameisterschaft 2021, habe ich ein Video hochgeladen, wo ich euch die meiner Meinung nach aktuell besten Nationalspieler von jedem einzelnen Land vorstellte. Heute mache ich genau dasselbe Video, aber dieses Mal geht es nicht um die besten Fußballer von jedem EM-Teilnehmer, sondern im heutigen Video geht es um die besten Spieler von jedem Teilnehmer des Afrika Cup of Nation 2022. Bevor wir mit diesem Video beginnen, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden. 1. Etwa 99% meiner Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Ich weiß, dass sehr viele meiner Aufrufe von YouTube Shorts Videos kommen und dadurch die Zahlen häufiger eher niedriger ausfallen, aber trotzdem waren meine Zahlen vor Einführung der Shorts auf meinem Kanal zwischen 80 und 90% Aufrufe von Nicht-Abonnenten. Also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und auf interessanten und gut recherchierten Fußball-Content rund um die Welt des Fußballs steht, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Danke. Zweite Sache. Da jeder unterschiedliche Meinung ist, wer der beste Spieler aus Ägypten, Kamerun und Co. ist, möchte ich, bevor es zu heftigen Diskussionen in den Kommentaren kommt, etwas klarstellen. In diesem Video geht es zwar um die aktuell besten Spiele aus jeder Teilnehmer-Nationalmannschaft des diesjährigen Tournament, jedoch geht es dabei nicht um die Leistungen des Afrika-Cups 2022, sondern auch noch um die Leistungen und Erfolge aus nationalen Ligen, Weltmeisterschaften sowie andere internationale Turniere in den letzten 1-2 Jahren. Auch ist es wichtig zu sagen, dass es nur meine persönliche Meinung ist. Wenn ihr andere habt, dann schreibt diese vernünftig in die Kommentare und wir können nett und freundlich darüber debattieren, wer nun der beste Spieler aus dem und dem Land ist. Kritik zu meiner Auflistung finde ich absolut okay, solange man diese ordentlich und fundiert in die Kommentare schreibt. Danke. Kamerun. Vincent Abubakar. Vincent Abubakar ist ein 30-jähriger kamerunischer Mittelstürmer, den man vielleicht aus Portugal beim FC Porto oder in der Türkei bei Besiktas Isabel kennen könnte. Aktuell spielt Abubakar beim saudi-arabischen Klub Al-Nasr FC, die gerade mitten im Meisterschaftskampf stecken. Abubakar spielt zwar nicht jedes einzelne Spiel von Anfang an, aber trotzdem konnte er in 15 Ligaspielen insgesamt 3 Torvorlagen und 5 Ligatore für die gelb-blauen Araber erzielen. Auch für die kamerunische Nationalmannschaft ist Abubakar sehr wichtig. Nicht nur gewann er mit Kamerun 2017 die afrikanische Meisterschaft, sondern ist mit 6 Toren der erfolgreichste Torjäger des Afrika Cup of Nations 2022. Burkina Faso, Edmund Tabsoba. Edmund Fiesal Tabsoba ist ein 23-jähriger Innenverteidiger aus der Stadt, die ich nicht so gerne aussprechen möchte. Uhu Ga Dugu oder so. Der 23-jährige Innenverteidiger spielt aktuell bei Bayer 04 Leverkusen und gehört zu einer der besten Abwehrspieler in der Bundesliga. Diese Saison konnte man ihn leider nicht so oft auf dem Feld bewundern, denn wegen eines Knöchelbruches hat der junge Spieler mehrere Pflichtspiele verpasst. Kap Verde, Jamiro Montairo. Jamiro Gregory Montairo Alverenga ist ein 28-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, der aktuell bei Philadelphia Union in der MLS kickt. Jamiro ist zwar in Rotterdam in den Niederlanden geboren, darf jedoch wegen seiner afrikanischen Wurzeln für die kapverdische Inseln spielen. Was ihn direkt sympathisch macht, ist, dass er 2012 in der Verbandsliga für meine Heimatstadt aus Mecklenburg-Vorpommern den FC Anker Wismar gespielt hat. Äthiopien. Shemelis Bekele. Shemelis Bekele Godo ist ein 1990 in Äthiopien geborener offensiver Mittelfeldspieler, der aktuell für Elguna FC in der ägyptischen Premier League im unteren Mittelfeld rumdümpelt. Auch ist Bekele mit einem Marktwert von 300.000 Euro der wertvollste Äthiopier im Kader der Nationalmannschaft. Senegal. Eduard Mendy. Uhu, jetzt wird's etwas kontrovers. Denn der aktuell beste senegalesische Fußballspieler ist meiner Meinung nach nicht Sadio Mane, sondern Eduard Mendy. Eduard Mendy ist ein 29-jähriger senegalesischer, guineer, besauischer und französischer Fußballer, der die Position des Torhüters bekleidet. Der heutige Welttorhüter und Shem-Sieg-Sieger spielte vor seinem 24. Geburtstag ausschließlich in den Amateur-Ligen und hat sehr lange über ein Karriereende nachgedacht und war auch eine Weile arbeitslos. Heute spielt der 29-Jährige nicht nur für die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft, sondern ist die absolute Nummer 1 beim FC Chelsea, gewann mit denen 2021 die UEFA Champs-League und den UEFA Supercup und ist aktuell amtierender FIFA-Welttorhüter. Beim diesjährigen Afrika Cup stand er insgesamt siebenmal als Torhüter auf dem Platz und spielte die Hälfte der Länderspiele zu Null und steht deshalb zurecht mit Senegal im Endspiel um die afrikanische Meisterschaft. Guinea, Mohamed Bayo. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Warum nehme ich Mohamed Bayo und nicht Naby Keita? Der Grund, warum ich Mohamed Bayo vor Naby Keita sehe, sind leistungsbedingt. Während Mohamed Bayo für den französischen Erstligisten Clermont Food mit 9 Toren und 2 Assists ein sehr wichtiger Spieler im Kampf gegen den Abstieg in die 2. Liga ist, spielt Naby Keita beim FC Liverpool kaum eine wichtige Rolle und sitzt meistens auf der Bank. Malawi, Gabardinho Mango. Hellings Frank Gabardinho Mango ist ein 29-jähriger malauischer Mittelstürmer, der aktuell bei Orlando Pirates in der südafrikanischen 1. Liga unter Vertrag steht, dort aber kaum Einsätze bei den Piraten bekommt. Trotzdessen ist er beim Afrika Cup of Nations 2020 der wichtigste Spieler der malauischen Nationalmannschaft. Nicht nur ist er mit einem Marktwert von 775.000 Euro der wertvollste Spieler des kleinen afrikanischen Binnenstaates, sondern mit 3 Toren im Turnierverlauf, ist er der beste malauische Torschütze und gleichzeitig der drittbeste Torschütze des Afrika Cup 2022. Zimbabwe, Tino Cadevere. Filana Tino Tenda, Tino Cadevere ist ein 26-jähriger Flügelspieler, der aktuell bei OL unter Vertrag steht. Tino stande insgesamt 10 Pflichtspiele für Lyon auf dem Platz, 4-mal in der Europa League und 6-mal in der Liga. Was nach wenig Spielzeit anhört, ist höchstwahrscheinlich die rote Karte zu verschulden, die er während eines Ligaspiels erhalten hat. Als er 2019-20 für Le Havre FC in der französischen 2. Liga mit 20 Toren Torschützenkönig wurde, wechselte der zimbabwische Offensivspieler in der Saison 2020-21 für etwa 12 Millionen Euro zu Olympique Lyon. Marokko, Ashraf Hakimi. Der meiner Meinung nach aktuell beste marokkanische Fußballspieler ist Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi Mo, wie er mit vollem Namen heißt, spielte schon mit jungen 23 Jahren schon für mehrere internationale Top-Clubs. 2016-2018 für die königlichen Real Madrid, 2018-2020 per Laie bei Borussia Dortmund, danach ein Jahr in der Serie A bei Inter und im Sommer dieses Jahres ist er für insgesamt 66,5 Millionen Euro zu seltener Truppe in Paris gewechselt. In der Champions League durfte der noch junge Marokkaner alle Spiele von Beginn spielen und in der Liga machte er auch drei Viertel der Spiele von Anfang an, wo er insgesamt 18 Erstligaspiele, etwa drei Scorer und eine rote Karte holen konnte. Beim Afrika Cup 2022 in Kamerun spielte Ashraf jede Minute und konnte währenddessen insgesamt eine Torvorlage und zwei Tore erzielen, ehe man im Viertelfinale gegen Ägypten in der Verlängerung ausgeschieden ist. Gabun, Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang ist ein 32-jähriger Fußballspieler, der obwohl er die französische und spanische Staatsbürgerschaft besitzt und sogar 1989 in Laval in Frankreich geboren ist, für die sehr unbekannte und kleine Nationalmannschaft des Gabuns spielt. Mit dort ist er nicht nur einer der besten gabunischen Nationalspiele aller Zeiten, sondern mit 30 Länderspieltore der Rekordschütze der Gelben Panther. In der Premier League schoss er für Arsenal in 14 Ligaspiele insgesamt vier Tore und machte eine einzige Torvorlage. Obwohl es für seine Verhältnisse zu wenig ist, wechselte er diesen Winter nach Katalonien zum FC Barcelona. Beim Afrika Cup of Nations 2022 spielte Aubameyang für die Gabun kein einziges Spiel, weil er wegen einer Covid-Infektion gezwungen war, zu Hause zu bleiben. Comoren, Pais Selemani. Ghana, Thomas Partey. Thomas T. Partey ist ein 28-jähriger defensiver Mittelfeldspieler und steht seit 2020 beim Premier League-ist Arsenal auf dem Platz. Davor spielte er in Spanien bei Atletico Madrid und gehörte unter Diego Simeone zu der ersten Garde. Nigeria, Taivo Avoni. Der meiner Meinung nach aktuell beste nigerianische Fußballspieler ist Taivo Avoni aus der Bundesliga. Klar gibt es noch bessere Namen wie zum Beispiel Wilfried Ndidi oder Kianaccio von Leicester City oder Iwombi von Everton. Jedoch finde ich den aktuell 23-jährigen Mittelstürmer von Union Berlin, Taivo Avoni, von den Leistungen her besser. Taivo spielte insgesamt für die Köpernicker 18 Ligaspiele und schoss dabei 9 Tore und bereitete 1 vor. Dank vielleicht seiner Hilfe steht Union nicht nur im Viertelfinale des DFB-Pokals, sondern steht nach 21 Spieltagen auf einem direkten Champions League-Qualifikationsplatz. Ägypten. Mohamed Salah. Muss ich zu Mohamed Salah irgendwas noch sagen? Guckt einfach auf seine Statistiken und du siehst, dass er nicht nur mit weitem Abstand der aktuell beste ägyptische Fußballer vielleicht auch aller Zeiten ist, sondern auch der meiner Meinung nach momentan aktuell beste Fußballer auf der Welt ist. Mohamed Abdel Rahman. Guinea-Bissau. Mama Balde. Mama Samba Balde ist ein in Bissau, Guinea-Bissau geborener Fußballer, der seit 2021 bei S. Troyes AC unter Vertrag steht. Mama Samba Balde hat nicht nur einer der mit Abstand besten Namen, sondern mit seinen drei Toren und einer Vorlage hilft der 26-jährige Flügelspieler, den Abstieg in die Zweitklassigkeit zu vermeiden. Elfenbeinküste. Sebastian Allaire. Sebastian Allaire müssten viele Bundesliga-Fans, vor allem die von der Eintracht, noch kennen. Damals gehörte er zusammen mit Luka Jovic und Ante Rebic zu den gefährlichsten Sturmduos in der Bundesliga und gewann 2018 zu Recht den DFB-Pokal. Nach Frankfurt ging er für eine extrem hohe und gleichzeitig absurde Summe in die Premier League zu West Ham United. Heute spielt Sebastian Allaire in der niederländischen Liga beim momentan ersten Ajax Amsterdam. Dort hat der ivorische Nationalspieler wieder zu guter Form gefunden und steht mit zwölf Saisontoren in 17 Ligaspielen auf Platz 2 der Torjägerliste. Auch in der UEFA Schemzig spielte er als 27-jährige Mittelstimmer groß auf. Bis Ende der Gruppenphase erzielte Allaire insgesamt 10 Treffer aus 6 Spielen und brach einen Rekord. Auch ist danach Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der in jedem Schemzig-Gruppenspiel treffen konnte. Sierra Leone. Mohamed Kamara. Für diejenigen, die den Afrika Cup verfolgt haben, müssten Mohamed Kamara schon kennen. Als die Nationalmannschaft von Sierra Leone in der Gruppenphase des Afrika Cup 2022 auf die Titelverteidiger Algerien ran musste, spielte er der 22-jährige Nationaltorhüter vor den Leone-Stars in den Herzen vieler Fans. Er zeigte monsterartige Paraden und monsterartige Aktionen und erinnerte ein bisschen an Manuel Neuer 2014, als er im WM-Achtelfinale lustigerweise gegen Algerien monsterartige und verrückte Aktionen zeigte. Dank seiner Aktionen holten die Sierra Stars ein 0 zu 0 und den ersten Punkt im diesjährigen Afrika Cup raus. Am Ende wurde Mohamed Kamara als Man of the Match geehrt und da wurde er richtig emotional. Algerien. Riyad Mahrez. Der meiner Meinung nach aktuell beste algerische Fußballspieler, auch wenn er mit Algerien übelst reingekackt hat. Aber deshalb sollte man jetzt nicht Riyad Mahrez Leistungen schlechtreden. Letztes Jahr wurde er als wichtiger Bestandteil in der Mannschaft mit City englischer Liga-Pokalsieger und englischer Fußballmeister. Auch kam er mit City bis ins Finale der UEFA Champions League und scheiterte am Ende an Chelsea. Diese Saison steht er mit Manchester City nach 23 Spieltagen wieder auf Kursmeisterschaft. Macht er in der Premier League insgesamt 16 Ligaspiele, 6 Tore und 4 Vorlagen. Und in der Champions League Gruppenphase macht er nach 6 Gruppenspiele 5 Tore. Mali. Jeves Bissouma. Gerne hätte ich Mohamed Kamara von Red Bull Salzburg hier auf der Liste mit aufgenommen. Denn hätten wir hier einmal Sierra Leone Mohamed Kamara und einmal von Mali Mohamed Kamara. Das wäre geil. Aber jedoch geht es hier um Leistungen. Und wenn es um Leistungen geht, muss ich Jeves Bissouma von beiden in Hof Albion nehmen, der bei den Möwen als zentraler Mittelfeldspieler auf dem Platz steht. Gambia. Musa Barrow. Musa Barrow ist ein 23-jähriger gambischer Flügelspieler, der beim irrelevanten FC Bologna in der italienischen 1. Liga kickt. Diese Serie A-Saison machte der linke Flügelspieler insgesamt 5 Ligatore und 4 Vorlagen in 18 Spielen. Musa Barrow spielt seit 2018 für die gambische Nationalmannschaft und schaffte es mit Gambia 2022 bei ihrer allerersten Teilnahme beim Afrika Cup in der Geschichte es bis ins Viertelfinale. Wo Musa Barrow im Turnierverlauf 2 Tore für die Gambia machen konnte. Mauretanien. Abu Bakar Kamara. Tunesien. Wabi Kassri. Als ich mir den Kader von Tunesien auf transfermarkt.de angeguckt habe, habe ich eigentlich größere Namen erwartet. Aber jetzt auch egal, Wabi Kassri ist ein 30-jähriger Mittelstürmer und Kapitän der tunesischen Nationalmannschaft. Wabi Kassri hat, auch wenn ehrlich gesagt sehr, sehr wenig von ihm gesehen oder gehört habe, keine schlechten Stats. Er spielt aktuell beim französischen Rekordmeister Arsand Etienne und erzielte in 20 Ligaspiele insgesamt 8 Tore. Auch ist er mit 2 Toren beim Afrika Cup der erfolgreichste tunesische Schütze des diesjährigen Turniers. Ja Leute, das waren die meiner Meinung nach besten Spieler von jeder teilnehmenden Nationalmannschaft des Afrika Cup of Nation. Wie sieht eure Liste aus? Was hättet ihr anders gemacht? Schreibt eure Meinung gerne vernünftig in die Kommentare. Schreibt auch noch gerne dazu, ob ihr mehr von den Afrika Cup sehen wollt oder ob es für dieses Turnier erstmal war. Ich hätte vielleicht noch gedacht, dass ich so ein Fazit-Video über den Afrika Cup machen kann, wo ich euch die meiner Meinung nach Top- und Flops der Afrika-Meisterschaft zeigen könnte. Ja, mal schauen, was ihr dazu sagt. Wenn ihr dieses Video sieht, ist der Afrika Cup eigentlich schon längst vorbei. Ich glaube, heute um 20 Uhr ist der Finale des Afrika Cups. Senegal gegen Ägypten. Ich sage einfach mal, dass der Senegal Ägypten mit 1 zu 0 schlägt und Senegal Afrika Cup Sieger 2022 wird. Ah, da bin ich mal erstmal gespannt. Mal schauen, ich werde mir natürlich das Endspiel angucken. Ich bin aktuell in Quarantäne, deshalb habe ich auch genug Zeit. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.